Ja, hi Leute, grüßt euch, Moneymaker hier. Ja, warum ich mich überhaupt melde, ist der Grund, da ich einen neuen Instagram-Account gemacht habe. Den Link werde ich auch später in die Beschreibung oder unten in den Kommentaren verlinken. Dann könnt ihr mir da folgen. Ja, ich bin jetzt gerade auch hier bei meinem Bruder, also ich bin heute ein bisschen privat. Ich gucke auch gerade Bayern gegen Schalke, ehrlich zu sagen. Und ja, weißt du was von meinem neuen Kanal? Ja, klar weiß ich was von meinem Kanal. Was sagst du denn dazu? Ja, ich zocke halt nicht. Ich habe es mir angeguckt, aber es ist nicht so was für mich. Du bist eher der Fortnite-Zocker, ne? Ja, ich sage eher Fortnite. Ja, aber mit Automaten und so ein Scheiß nix, ne? Ja, ist nichts für mich. Ja, ist auch besser so, Mann. Ja, Leute, wie ich euch das jedes Mal sage, lasst die Scheiß-Zockerei sein, das bringt einfach nix. Macht am Wochenende lieber was mit euren Familien oder Kindern oder Frauen oder sonst irgendwas. Oder geht euch ein paar coole Klamotten kaufen. Die Zockerei macht keinen Sinn. Und ja, da legt ihr einfach nur eure Kohle aus. Das wisst ihr doch selber, da brauche ich euch auch nicht immer wieder zu sagen, weil ich lese das ja jeden Tag bei mir in den Kommentaren, wie ihr da schreibt, ich habe 500 verloren, ich habe 300 verloren, 700 verloren. Ja, was soll ich denn noch sagen? Wie kann ich euch denn helfen, dass ihr nichts mehr verliert, beziehungsweise gar nicht mehr dahin geht? Das ist auch mal so eine Frage. Mehr als euch das jedes Mal sagen oder so real wie ich oder Gyni und Popcorn, wenn die dabei sind, filmen. Realer geht es ja gar nicht mehr, Leute. Also ich denke, ihr findet euch da auch wieder. Deswegen filme ich auch immer so real. Auch wenn da nix kommt, sage ich jetzt mal Beispiel. Aber da ist ja immer wieder mal so ein Überraschungseffekt. Man könnte ja selber denken, man sitzt vor der Kiste und wäre selber am Spielen. Aus heiterem Himmel kommen drei Bücher oder Freispiele oder dies oder das oder jenes. Ist ja scheißegal, was da kommt. Aber bei mir ist es immer so der Überraschungseffekt da. Und deswegen, Leute, guckt euch das doch bei mir an. Das ist doch fast so, als wenn ihr selber zocken würdet. Von daher, Leute, ich wünsche euch heute auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Macht was schönes, Leute, das Wochenende. Geht euch einen saufen oder sonst irgendwas. Oder macht euch einen schönen Abend mit eurer Frau, Freundin, wie auch immer. Und in diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns und hören uns. Videos kommen. Euer Moneymaker. Euer Moneymaker.